Ja, 2 zu 2 hier im Spitzenspiel, Michael Schola. Ich denke, unterm Strich könnte er zufrieden sein. Wie hast du das Spiel gesehen über die 90 Minuten entdeckt? Ja, letztendlich muss man zufrieden sein mit dem Resultat. Die zweite Halbzeit hat Dürbach sehr stark gespielt, die halbe Stunde nach der Halbzeit. Und dann haben wir uns hinten reindrängen gelassen. Dann haben wir, glaube ich, verdienter 2 zu 1 gemacht. Aber danach haben wir wieder Oberwasser bekommen. Ja, haben kämpferisch und läuferisch über 90 Minuten voll dagegen gehalten und dann hat 2 zu 2 gemacht. Und wenn wir zum Schluss ein bisschen effektiver gewesen wären, hätte man da das Spiel eigentlich noch gewinnen können. Da hat einfach der Lucky Punch gefehlt, wie du schon gesagt hast. Einfach nicht clever genug, um den Konter da auszufahren. Aber letztendlich sind wir zufrieden mit dem Punkt hier, mit dem Kader, den wir heute zur Verfügung haben. Wir mussten hier viele Verletzte und Urlauber ersetzen, war das schon ein sehr gutes Ergebnis. Was hat gefehlt in der zweiten Halbzeit? Ihr habt einfach nicht mehr so den Zugriff gehabt. Ja, wir kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Unsere 6. Position haben die Zweikämpfe nicht mehr gewonnen. Und dann hatten die ein sehr starkes Zehner mit dem Sven Kulay. Der hat dann ein ganzes Spiel gemacht. Und dann kam man da auch schon an, den Bredulich. Wie fällt dir so das Zwischenfazit aus? Zuletzt war der ja auswärts nicht mehr so Griffis, sag ich jetzt mal. Da müsst ihr, glaube ich, auswärts noch zulegen. Ja, gut, wir haben das letzte Auswärtsspiel in Wittlich. Das ist natürlich eine Top-Mannschaft. Und da haben wir eigentlich auch ganz gut, haben durch einen Fehler das Spiel verloren. Deswegen, und wir müssen jetzt zu Hause gehen, Heckeland nachlegen. Und dann haben wir noch ein ganz schweres Spiel in Platten. Da wird auch nochmal alles abverlangt auf dem kleinen Platz. Und die sind ja im Aufwind, haben hier Spitzenmannschaften geschlagen. Und da wird es auch relativ schwer für uns. Und da wird es auch relativ schwer für uns.